Oh, ich erkenne diesen Saurier. Ist schwer zu vergessen, wenn man einmal mit einem eingesperrt war. Wir konnten den Baryonyx damals nicht retten, aber den hier bestimmt. Jurassic World Hier, hier beginnt unsere Geschichte. Ein wissenschaftlicher Durchbruch, ohne jede Rücksicht auf die Konsequenzen. Die Natur nahm ihren Lauf und entfesselte Chaos. Diesmal hatten wir eine noch größere Illusion von Kontrolle. Und das Chaos war noch viel schlimmer. Und kurz wussten wir wieder, wie wertvoll das Leben ist. Aber im Lauf der Zeit verblassen die Erinnerungen an den großen Kontrollverlust. Und Ehrgeiz, Ehrgeiz kann sehr hartnäckig sein. Für die zurückgebliebenen Saurier verlor die Zeit an Bedeutung. Von Wundern der Wissenschaft zu Objekten der gnadenlosen Ausbeutung. Vielleicht sollten wir sie überdenken. Die wahre Natur der Natur. Ein endloser Zyklus mit nur einem Ziel. Überleben. Und das heißt, Saurier und Menschen müssen einen Weg finden, ihre Differenzen beizulegen. Für uns ist eine Wüste nur ein Ödland. Dort leben nur die anpassungsfähigsten Lebensformen. Doch vor Millionen von Jahren gediehen in diesen Gegenden Lebewesen. In Anbetracht der geologischen Geschichte hier ist es daher gar nicht so abwegig, dass Saurier im Gras rumlaufen. Die aktuelle Situation, freilaufende Saurier, ist für die Verantwortlichen unhaltbar. Nun, diejenigen, die denken, sie hätten die Verantwortung. Wir haben also ein Problem oder eine Gelegenheit. Nun, hier kommst du ins Spiel. Sie haben meine Warnungen früher schon ignoriert. Aber vielleicht wird es dieses Mal mit dir anders sein. Ich nehme die Ungewissheit in Kauf. Okay, ich schätze, es wäre angebracht, wenn ich mich vorstelle. Ich bin Cabot Finch, stellvertretender Direktor der US-Naturschutzbehörde. Ich weiß, das klingt wichtig und das ist es auch. Aber verlieren wir uns nicht zu sehr in Titeln und Organigrammen. Ich mache es einfach. Sie arbeiten für mich. Sehen Sie? Nichts dabei. Sie werden mit den Experten arbeiten. Das sind Claire Dearing und Owen Grady. Und ja, wir haben direkte Erfahrungen mit den Sauriern gemacht. Ich bin die ehemalige Leiterin von Jurassic World. Owen und ich haben dabei geholfen, den Park zu errichten. Und leider waren wir auch bei seiner Zerstörung anwesend. Und da ist Owen. Er arbeitet mit den Velociraptoren. Man könnte mich ein Saurier-Cowboy nennen, aber offiziell bin ich Tierverhaltensforscher. Ich habe gerade eine Vertrauensbasis mit ihnen aufgebaut, als das losging. Okay, wir müssen sofort ein paar Dinge in die Wege leiten. Beginne mit einer Unterstützungsanlage, mit einem Ranger-Team, mit Geländefahrzeug. Und einem Helikopter-Einfang-Team. Wir machen ausgezeichnete Fortschritte. Als nächstes sollten wir einen Notfallgenerator errichten und dann dessen Strom in die Unterstützungsanlage einspeisen. Stelle sicher, dass das Gebäude mit dem Wegenetz verbunden ist, damit es auch einsatzfähig ist. Claire, könnte schwer werden, den Saurier vom Boden aus zu finden und ungemütlich, wenn wir ihn tatsächlich auftreiben. Dann ist es sinnvoll, ein Einfang-Team-Helikopter zu nehmen. Sie können das Tier aus der Luft betäuben. Also, ich habe doch gute Ideen. Hm. Hm. Was ist das? 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 Was ist das?